Dann hier. Ähm, da. Uh. Wir töten. Redstone. Haben wir. Koppel haben wir. Gut. So leicht können wir uns schützen. Aber leider nicht gegen Fraps. So. Oh mein. Ja, ich werde es. So. 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 Jetzt ja nicht mit der Axt abbauen. Ich weiß jetzt nicht wie tief die funktionieren, aber wenn man hier hochbaut, müsste eigentlich nichts geschehen. Gut, schauen wir uns die Aussicht an. Leider haben wir hier dort einen Krater. Sonst sieht alles noch recht schön aus. Und er schießt jetzt solche Bubbles in die Luft. Wo sind sie? Dann sammeln wir noch Energie. Einfach so kugeln die dann. Dann habe ich ihn auch jetzt, dass der noch nicht kommt. Ja. Gut, jetzt gehen wir wieder runter. Oh. So. Gut. Gehen wir auf den Weg. Können wir noch... Haben wir ein Bett? Nein, wir haben natürlich kein Bett. Okay. Gehen wir halt in die Nacht. Nein, schicken wir jetzt nicht. Wir gehen nach Osten. Und machen uns einen schönen Tag. Das arme kleine Häuschen ist nur noch eine Ruine von sich selbst. Fliegenpilz. Da ist ein kleiner Garten. Ja. Sehr praktisch, wenn nur einer kommt. Ja. Nicht viel los hier. Ja. Kühe mit Mühe. Sonst auch mal an das Biom, bitte. Ich will an das Biom. Wow. Okay. Friedhof. Kommen da nicht Dinge... ...die an... ...schreiben müsse. Wusste ich's doch. Endlich ein Sattel. Ja, da unten ist ein Biom. Ob das wieder ein normales... ...oder ist das irgendwie... Oh, eine schöne Flosse ist da oben. Okay. Oh, sonst noch eine Schlucht. Okay. So, die Diamanten mitnehmen. Gut. Sonst noch was. Noch mehr Diamanten. Okay. Die sprießen hier. Die Tomaten. Das ist der Eisen. Ja. Frups, frups. Macht was was will. Nerft rum. Und hat einfach sehr Probleme. Okay, ein Hochland. Sonst irgendwas. Das ist das Forest noch. Und hier Forested Hill. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich eins von... Ähm... ...Modpacks irgendwie. Es heißt... der extra Bioms. XL. Das gibt's nämlich im Morgina noch nicht. So eine Kombination. Das ist ja. Hier kann man sehr gut noch Eisen und Diamanten und so suchen. Da oben sind zum Beispiel Diamanten. Da oben sind zum Beispiel Diamanten. zum Beispiel solch einen Turm. Die Rhinentürme sind nicht so sehr spendabel. Da gibt es dort noch die... Das nehmen wir jetzt nicht, oder? Das nehmen wir jetzt nicht, oder? Dann kommen wir hier drüber. Jetzt ist es weg. Okay. Noch ein bisschen Erfahrung. Bekommen. Und ein Stardust. So. Hier gehen wir noch ein bisschen Gestein mitnehmen. Okay. Ja. Das wär's. Also. Ähm... Ich hab keinen Bock zurückzugehen. Ich cheate mich zurück. Ha. Ich bin zwar der epische Cheater. Ich cheate mich einfach zurück. Ja, aber Fraps hat etwas dagegen. Tralalala. Es hat direkt wieder Boom gemacht. Das muss ich mir jetzt von oben anschauen. Da vorne? Nein. Da vorne? Irgendwo hat's hier Boom gemacht. Eigentlich will ich mich ja nicht zu sehr speilern lassen, dass die Umgebung antrifft. Aber das ist mir wichtig jetzt, wo diese Meteor-Runde gekommen ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Auf der Mini-Map ist auch nichts zu sehen. Ich hoffe nicht bei meinem Haus. Es kam irgendwo von hier. Es kam irgendwo von hier. Irgendwo von hier kam es. So. Wieder das gleiche Geräusch. Leider ist gerade Jawa am Schlafen und lässt mir nicht die Karte anschauen. Also. Es lädt nichts. Ja, okay. Wenn es nicht hier ist. Ja. Lassen wir es. Okay. Zum guten Glück ist nicht zu viel gespeilet. Damit ich da noch erkunden kann. Ich lasse mich nicht gerne so die Gegend auskundschaften. Dann lasse ich das fürs Erste und suche den Metrieten dann halt mit der ich dann ganz viel später. Hm. Äh. Survive-Mode. Auf der Map ist auch nichts zu sehen. Also. Entweder ist der Metriete einfach weiter weg. In die andere Richtung oder so. Oder. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist der auch unterirdisch eingeschlagen. Hm. Man weiß es nicht. So. Sind wir wieder zu Hause. Ist doch viel praktischer. Äh. Falsches. Zeig's. Kreativ-Modus. Aus. Nable und Rezip-Mode. Gut. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Also. Turm. Da ist Lava. Da waren wir am abbauen. Es könnte natürlich auch irgendwo hier runter gefallen sein. Das ist Marmor. Es könnte natürlich auch ein Eis-Metriet gewesen sein. Ich kenne die Geräusche nicht. Wie weit sind denn die zu hören? Hm. Nicht gerade gut. Da ist er des Rotes. Ist er das? Das kann sein. Wo ist der andere schon wieder runter gefahren? Nee. Ähm. Dann machen wir das noch kurz. Einfach mal einsch... Ja. Das machen wir. Das machen wir im Kreativ- Ähm. Im Survive-Mode. Sieht nämlich schön noch roten aus. Wir müssen aber noch eine Spitz abgeben. Sonst bringt es nichts. Jammanten. Aha. Hätten wir im Winter gehabt. So. Und gleich noch ein Schwert. So. Also. Diese Richtung. Ja. In den Dungeon werden wir wahrscheinlich zuerst gehen. Ich bin keine Ahnung wie schwer der ist. Ich denke nicht so. Ich hoffe ich ehre mich nicht. Wir werden ihn dann mal ausprobieren. Das ist Redstone oder was ist das? Cool. Leider lockt er nicht so viel. Ich. Ich finde es nicht so viel. Ich finde es wie anders wurde. Ich natürliche. Ich finde es nicht so viel. Leider auch keine Kiste, aber Obsidian können wir jetzt auch gebrauchen, für den Zaubertisch zum Beispiel oder fürs Netoportal, gibt es verschiedene Sachen, die wir mit Obsidian machen können, die dann auch neue Sachen sind. Aber immerhin ist es nicht so ein Mega-Metorid, ich fahre da ein bisschen ergiebiger. Dann machen wir das mal auf die konventionelle Art und schauen noch kurz, ob es hier irgendwo noch mehr gibt, aber scheinbar nicht und unterirdisch können die auch nicht sein, glaube ich. Also, was haben wir hier? Krieg noch Rit-Chip. Krieg noch Rit-Helm. Krieg noch Rit-Chest-Blade. Meteor-Timer. Dann gibt es noch Fritzerid-Kristall. Aha. Und dann Meteor-Crash-Detector. Krieg noch Meteor-Shuman. Okay, wir könnten das nächste Mal so einen machen. Ähm, Dänder. Dann können wir immer sehen, wo in der Nähe einer gecrashed ist. Sehr praktisch. Hier haben wir noch einen Mexical Essence. Eine Blüte. Noch eine. Sehr schön. Hier haben wir eine Invasion der Fliegen-Pizza. Die nehmen wir jetzt aber nicht mit. Über hier das Eisen-Prevel-Sexter. Und es lag wieder. Ja. Irgendwann nehme ich das nächste Mal dann mit Dextory oder sonst irgendwie ein gutes Programm auf. Damit das nicht mehr passiert. Jetzt noch ein Stück vom Dungeon. Hier ist Gold. Gut. So. Jetzt können wir wieder raus. Nicht schon wieder anfangen süchtig nach Ärzten zu suchen. Also haben wir das geschafft und ja, sind ein wenig verankommen gekommen. Dann das nächste Mal machen wir Sachen aus Diamanten. Und ja, mal schauen, was Stones noch kräften können und gehen auf Dungeon-Tour. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Bewertung da lassen und kommentieren. Jo. So. Und abonnieren ist natürlich kostenlos und ihr könnt mich immer wieder deabonnieren. Kein Problem. Okay. Also. Tschüss. Tschüss. Tschüss.